Herzlich willkommen zum SHK TV Magazin. In unserer Nachrichtensendung berichteten wir ja bereits kurz über den Azubi des Jahres 2011 des DG Haustechnik. Jetzt nutzte SHK TV die Gelegenheit und besuchte den Gewinner Daniel Bartuczek von Richter & Frenzel direkt bei seinem Ausbildungsbetrieb in Gießen. Herr Naumann, wie stolz ist man als Niederlassungsleiter, den Azubi des Jahres in seinen Reihen zu haben? Man ist sehr stolz, wenn man den Azubi des Jahres in seinen Reihen hat und auch im eigenen Hause. Richter & Frenzel allgemein ist auch stolz auf diese Situation. Der Azubi in sich ist der Mitarbeiter von morgen. Was zeichnet den Herrn Bartuczek besonders aus? Es zeichnet ihm besonders aus, seine Zuverlässigkeit, seine Ehrlichkeit und es passt eigentlich das Rundumbild bei dem Herrn Bartuczek. Herr Ludwig, gute Verkäufer sind gefragt. Welche Voraussetzungen müssen für Sie als Vertriebsleiter junge Leute mitbringen, um sich in diesem Zweig zu etablieren? Junge Leute, die eine Ausbildung bei Richter & Frenzel beginnen, müssen ein gewisses technisches Know-how mitbringen, um die Materie, die einzelnen Sparten natürlich zu verinnerlichen. Aber ganz wichtig ist da der Kundenkontakt. Das heißt, der Kunde muss sich aufgehoben fühlen, verstanden fühlen. Der Kontakt zwischen Kunden und allen Mitarbeitern, der muss einfach passen. Nur dann funktioniert das Geschäft bei uns. Herr Bartuczek, einige Tage sind seit Ihrer Auszeichnung zum Azubi des Jahres vergangen. Was ist seitdem passiert? Ich habe seitdem sehr viele Glückwunsch erhalten und auch Anerkennung erhalten, besonders von meinen Geschäftsführern, dem Herrn Brunk und dem Herrn Schuster und meinem Geschäftsleiter, dem Herrn Münch. Auch meine Familie ist besonders glücklich und stolz auf mich, weil ich das Ganze so geschafft habe. Wir stehen ja jetzt hier an Ihrem Arbeitsplatz. Welche Station haben Sie denn bei Ihrer Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann hier bei Richter & Frenzel durchlaufen? Also bei Richter & Frenzel durchläuft jeder seinen eigenen Ausbildungsplan mit den eigenen Abteilungen. Man muss alle Abteilungen durchgehen. Ich kann mal kurz zeigen. Und dann in jeder Abteilung gibt es eine eigene Checkliste, wo halt genau steht, was man in jeder Abteilung machen muss. Momentan befinde ich mich an meinem jetzigen Arbeitsplatz, dem Verkauf Innendienst. Herr Wagenhäuser, wir haben eben gehört, dass die Auszubildenden verschiedene Stationen durchlaufen. Welche sind das unter anderem? Wir haben einige sehr wichtige Abteilungen, die unsere Azubis durchlaufen. Dazu gehört zum Beispiel die Angebotsabteilung, Indienstverkauf, Badsende ist auch eine sehr beliebte Abteilung und auch die Logistikabteilung. Das heißt also, die Warenannahme, Einlagerung und Kommissionierung müssen unsere Azubis genauso beherrschen und können wie den Vertrieb selbst. Fünfmal hintereinander hat Richter & Frenzel jetzt schon den Azubi des Jahres gestellt. Welchen Druck verspüren Sie denn, diese Erfolgsgeschichte vorzuschreiben? Ach gut, der Herr Trock ist glaube ich nicht ganz so groß. Wir gehen mit unseren Azubis ja in die einzelnen Seminare, also Basisseminar, Aufpassseminar, Prüfungsseminar. Und beim Prüfungsseminar werden wir dann schon die 20, 25 besten Azubis wieder rausfinden, die wir dann für Bonn melden werden für den Azubi des Jahres. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir auch dort wieder gut abschneiden werden im nächsten Jahr. Bis wann können sich denn neue Auszubildende für das nächste Lehrjahr bewerben? Ja, wir beginnen in der Regel nach den Sommerferien mit dem Auswahlverfahren. Das heißt, sie sollten sich spätestens so bis September, Oktober beworben haben bei uns. Herr Münch, der DGH-Azubi des Jahres kommt auch in diesem Jahr wieder aus der von Ihnen verantworteten Region. Verraten Sie doch mal das Erfolgsrezept Ihres Auswahlverfahrens oder haben Sie einfach nur eine glückliche Hand? Also glückliche Hand wäre nicht so schön, wenn das so wäre. Also ich denke, dass wir da sehr viel richtig machen bei Richter & Frenzel. Mich freut natürlich sehr, dass das Herr Bartoschek ist von meiner Niederlassung in Gießen. Ich denke, dass das Auswahlverfahren sehr, sehr wichtig ist, was wir da betreiben, mit sehr großem Aufwand, dass wir so ein Assessment Center machen. Welche Qualitäten sollte denn ein Auszubildender mitbringen? Ja, mit Sicherheit auch ehrgeizig und er sollte vor allen Dingen auch den Blick wirklich für diesen Beruf haben. Aber wichtig ist natürlich dann auch bei so einem Auswahlverfahren bereits, dass es dann auch hundertprozentig passt und dass unsere Leute, die auch die Kandidaten raussuchen, ein gutes Gefühl haben. Und das hatten wir beim Herrn Bartoschek. Soweit unsere Magazinsendung für diese Woche. Wenn Sie mögen, schauen Sie doch am Donnerstag zu den Nachrichten wieder rein. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, machen Sie es gut. Bis dahin, machen Sie es gut.